Sie sehen könnt in Risky Wheels. Um 19.30 Uhr kommt der neue Modus raus und um 20 Uhr beginnt das Live-Event. Und dabei ist der liebe Leon, der liebe Lukas, der gerade weg ist glaube ich, und der liebe Brian. Bra, man kann ja gar kein Kreativspiel, das fällt mir drauf. Ja, wow. Wow, Brian, hast du es letztlich mal gemerkt? Leute, versucht Lukas nicht mal an die Schnee zu gehen, passt der zu dieser Season. Vom Bundle. Ja. Nee, wir haben so ein richtig geiles Spot gefunden, wir landen da. Baby, aus. Baby, aus. Brian, kaufst du dir den jetzt und gibst den später wieder zurück, oder wie? Und auf einmal kannst du dir nicht mehr so zurückgeben. Okay, mach. Moin, Bruder. Brian, kannst du, äh, kannst du dir den E-Mode, äh, Verärter verschenken? Aber. Okay, Leon, kommst du jetzt rein? Wo muss ich mir drin geben? All healthier? Bzwop�ando. Kommst du, äh, atteinten? Oh, das ist echt mit Newton. Warum wär's noch auf dem Weg? Lysuri, kommst du jetzt raus. Aber Leonard, wenn du dir Report sagst, dein. Warum antrittlich auf, wie du plötzlich Ja, egal. Wir sind gerade beim Ladescreen. Ich bin euer Stiefbruder. Nein, ich bin euer Stiefbruder. Ich bin für die Stiefbruder. Ich bin für die Stiefbruder. es genauen den den wir beide so gegen alle münche hier würde so gegen alle die haben leser schwärte wir haben wir haben ganz ja der freider ist also an unserer seite wir sehen ja Ich habe mich nicht gesehen. Ich bin nicht gesehen. Ich bin nicht gesehen. Was ist die Fischie? Komm jeder von euch kriegt ein Fisch. Leute kommt ja jeder kriegt einen Fisch von mir. Ryan, Ryan hier. Hier. Fisch. Lila. Hier. Lukas. Lukas hier. Hier. Ryan, hol dir schnell, bevor T-Mate ihn holt. Alter T-Mate, T-Mate wurde ich schon eingelaufen gekommen, Alter. Ist die nicht, ist die nicht. Hier. Hier, Brian. Hier. Brian. Hier. Brian. Hier kriegst du einen Sniper. Where are we next day? Leute. Hier. Ich bin hier. Nichts, Leute, nicht lesen, das kostet was. Ey, ich meine... ich denke so ich denke so traurig ich finde nur fische ja wie viele fische ich noch finden wollen wollen gehen mal weg so das wegen diesen zwischen mann der als gut ich könnte dich Ich rette dich! Ich rette dich! Ich rette dich! Ja, gerettet! Bitte! Wuuu! Ah! Ja! Ja, Lukas kriegt noch! Nein! Wer? Hä? Bei mir wird angezeigt, ich habe nur einen Snipeschuss, obwohl ich 13 habe. Leon! Doch, von... Von... Ja, von mir! Ich bin Part-Jekken! Das tut dir in den Ohren weh! Ich gebe dir gleich Pizza-Soß-Seiler. Der heißt Nougat und isst Nougat! Wer? Ja! Der ist Low! Der ist Low! Hallo, Lukas! Ja! Können wir! Er... Ja! Ja! So, Rika-Eier kriege ich die! Kriege ich die so Rika, ja? Ja! Hilfe, 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 er hielt sich. Hör Luca, hör Luca, hör Luca, hör laut. Brian, kannst du mir die Tech? Ehre, ich kann mir die Tech eh gleich wiederholen. Lass doch einfach so, stell dich doch einfach hin, dann lass doch. Hat jemand denn gleich Pampen für mich? Lass! Lass! Ich hab sechs Schuss. Moon. Ah, der ist hier mit so irgenlos. Äh, MP Moon brauche ich. What? Woher sollte er denn wissen, dass ich tot bin? Hallo. Ich hätte noch was Goldenes, wenn der... Steht! Wer hat mit mir? Wer hat mit mir was überleben lassen? Wenn der eine Mail mit dazu rauskommt, dann schießt ihr einfach so. Oh nein! Die Mail wie in alle! So. Tanzt. Tanzt. Gönn Teamate nicht. Oh. Bei mir ist ein Sniper drin. Hat da ein Teamate macht nur Auge auf den Sniper. So. 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 er wollte man ist er wollte meine lila stein postiert kann jemand mehr mit geben zufällig leon guck mal danke danke alles klar Lass sie wegschneiten. L-Lukas lass ab eben. L-Lukas? 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 Ist da noch einer oben? Lass alle drauf! Ja, ich trage dich, ich trage dich! Ich trage dich, ich trage dich! Ich trage dich, ich trage dich, ich trage dich, ich trage dich! Ich trage dich! Ich trage dich, ich trage dich! Ich trage dich, ich trage dich, ich trage dich! Wo ist der eine Typ? Na da! Ich trage dich, ich trage dich, ich trage dich, ich trage dich! Ich trage dich, ich trage dich, ich trage dich! Ich trage dich, ich trage dich! Ich trage dich, ich trage dich! Nein, der hat einen 47er Headshot, der Sieg ist nie im Leben. Das kann, das kann man für den, wenn er stirbt, der hat man nicht in Amerika verärgert. Das kann man nicht in Amerika verabschieden. so ich guck mal wie lange noch 31 hat er wirklich hatte er nicht als der geburtstag hatte und 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 Bayern gegen Werder 6 zu 1. Hä? Bayern gegen Werder 6 zu 1. Oh. Wer hat gewonnen? Bayern. Wir haben 6 Tore geschüttet. Ja. Nee, kann ich nicht. Hahaha. Warum? Dann ist es unnötig. Ja, aber ich könnte. Komm mal. Komm mal. Meine? Guck dir das meine an. Meine? Guck dir das meine an. Okay. Das Haus der Ehre hier irgendwo. Ja. Wo sind die Termine zu capacieren? Das sind die Hüstesecret Weight priviert. Der ist gut. Let's go. Japp. Einmal erwähnt und wieder verlassen. Richtig groß. Man, ich... ich sehe nur ist er nur diese verdammten schneemänner alter ich helfe dir mal kurz hier ist doch eine blaue pump Leon willst du willst du ne blaue pump was habt ihr gemacht mit was ein ey Lukas wir haben Rikki auch mal zum Rage-Cruid gebracht ne aber ich und Lukas haben ihn zum Rage-Cruid gebracht Lukas das Thema was wir gemacht haben Lami 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 so gehts auch warte ich geb dir ein BG Lukas st und die 20 Uhr und 30 das von 19.30 Uhr ist der Modus da und von 20 Uhr bis keine Ahnung Ich weiß es nicht. Brian steht vor, mitten beim Live-Event kackt dein Internet ab. Ich auch nicht. Ich habe mit meinem Vater geredet. Ich habe mit meinem Vater geredet. Ich habe mit meinem Vater geredet. Hast du das? Ich bin genau bei dir. Warum seid ihr immer noch in Retail? Ich habe einen Jäger. Lukas komm her. Komm her Lukas. Lukas hier. Ich lasse dir den. Lukas. Wenn du den holst. Oh mein Gott Lukas. Das hast du Gott wirklich nicht gemacht oder? Lukas. Hier. Lukas. Lukas hast du. Lukas. Lukas. Lukas hast du Snipe Moon? Ich brauche keine MP. Hier. Kriegst du Mut? Wo? 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 Wie konnte der nicht drauf sein? Bei uns ist ein ganzes Gurt. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Du. Leon. Ich gebe Lukas hier. So. Lukas. Warum hast du mich gebrochen? ich bin drin? Lern halt kurz durch. Ich hiel mich denn kurz und dann kommt Lukas zu dir und dann komme ich noch. Oh! Willkommen! Wo ist der? Wollen, du kannst so gucken. Mach auch ein bisschen. Aber Lukas, eben gerade bin ich gestorben, weil du mich geblockt hast. Das musst du, musst du, musst du aber zugeben, ne? Aber ist nicht schlimm. Was ist denn hier eigentlich abgegangen, Digga? Was haben wir hier gemacht? Lukas, wir sind Sterne-Skill, äh, 2.0, Alter. Lukas, da war Waffenschlägerei. Appa, Chica, bleich. Da war Schlägerei mit, äh, Farren, ne? Da war Schlägerei mit Team X-Wayern und Fakers. Warte, beschützt mich mal kurz, beschützt, beschützt mal kurz. Mann, ey! was ist mit was ist mit alles oma ist doch ähnlich so schlimm wenn wir ein bisschen später in die lobby kommen weißt du warum weil wir denn noch weniger weniger zeit haben bis zum live event vielleicht müssen wir denn die schlechten ja also leute geht nicht so geht nicht auf pushing okay ich krieg lukas ich krieg wenn ich handy spiele habe so welche bots und wenn ich auf ps4 spiele ich würde ich würde groß kamen kommt nun so stand es geht alle kommen ich kann jetzt geht es familie kommt weiß kann ich kann ähnlich spielen also das ist kein problem revys ab jetzt netze weiter weil er reifen gezwungen hat damit war bekommt der macht ab jetzt so jaja der tut das wären die besten freunde sie sind in wirklichkeit der größte feinde brian macht kein zeitdruck oder was knapp ich komme ich kann man brian wir müssen uns mal konzentrieren sagen wir mal kurz ruhig ja ja alles klar sag wenn das kommt isch ich 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 hier nicht ich hier nicht ja 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 da sind das sind das sind acht das sind acht die team als sind fünfhundert kurz warum habe ich eigentlich auch von tisch in san paulie bäsche stehen obwohl ich gar nicht sein paulie mag logik rein ist jetzt nichts besonderes wenn modus reinkommt schön wow er heißt wahrscheinlich saueres live event aber lassen direkt leise ok als ich und lukas als ich und lukas hingezockt haben als ich und lukas rdw gezockt haben und da habe ich da habe ich gelesen die welle 2 ist am arsch leute wieder wir können wir können ricky leute wir können ricky richtig mom mit neigen glatter Rikki stellt sich nie auf, wisst ihr warum? Weil er immer Stress tut. Rikki stellt sich nie auf, wisst ihr, was ist das? Was? Nee, die Hecken, Alter! ja fernf man ist da ja dann ist das du bist du bist du bist du bist du Ja, Brian, wir wollten doch. Komm, jetzt lass in der Lobby warten. Was für zwölf Minuten? Hier auf deinem Platz, Emile. Hier auf deinem Platz los. Lernstattet du doch auch streamen. Lernstattet du doch auch streamen. Lernstattet du auch streamen. Stattet du doch auch streamen. Stattetet du doch auch streamen. Lernstattet du doch auch streamen. und k ja ja an war bei mir vorbei ich bin schlapp und die türen Hey, jetzt geh auf dein Platz. Lassi-Lagun, Lötel. Lassi-Lagun, Lassi-Lagun. 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 Hi, Brian. Lassi-Lagun. 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 Lassi-Lagun.